Es ist also vollbracht? Möge er zu Staub zerfallen. Die Antworten auf deine Fragen findest du in dem Haupttempel der verlorenen Stadt. Sie war einst die Hauptstadt des alten Elfenreichs, aber jetzt ist sie verwaist und wurde vom Dschungel der südlichen Gefilde verschlungen. Sie ist sehr weit weg, doch ich kann deine Reise ein wenig verkürzen. Geh durch dieses Portal. Es bringt dich in die Länder nördlich des Südmeeres. Wenn du dort ankommst, mach dich auf die Suche nach dem Heim der Familie Grack. So jemand wie du wird dort willkommen sein. Ihr seid ein Geschöpf voller Ehre.